Okay, Leute, wie ihr gleich sehen werdet, habe ich das Intro schon mal gefilmt, so. Aber man kennt's, ne? Mikrofon hat einfach nicht aufgenommen. Nochmal das Ganze. Und zwar, Leute, ich, das kommt voll nervig, wenn man ein Intro zweimal filmt und fast das gleiche sagt. Ist diesmal auch wirklich das Mikrofon an? Ähm, und zwar, ich habe heute mich von Dennis inspirieren lassen. Wusste ich natürlich, ich bin mit den Gedanken reingegangen. Und, äh, ja, hab mir Toast zukommen lassen, danke dafür. Nicht unterstützt durch Sandwich. Nochmal das Ganze. Ich habe erstmal mein Sparkonto geplündert. Volle 50 Euro waren drauf. Nice. Jetzt ist halt leer. Ähm, die möchte ich heute meinen Zuschauern geben. Wenn sie in einer Minute zwei Toasts schaffen. Ja, Dennis hat das Video schon gedreht. Heftig. Wie gesagt, ich habe mich inspirieren lassen. Also ziehe ich das heute hier mal durch. Will an meinen Zuschauern gerne 50 Euro verteilen. Und ich würde mal sagen, los geht's. Das Update, ne? Muss man jetzt so swipe mir so. Sagen bitte, was da passiert ist. Also, er hatte mal wieder sein Mikro nicht an. Aber ich glaube, sonst bist du der, der es nicht anhat. Guck ich auf ein Mikro? Es war gar nicht an. Es nervt so hart, ne? Okay, wir fangen jetzt so an. Mann, ey, das Intro war so gut, ne? Ich habe mich nur dreimal versprochen. Okay. Ich kann nicht mehr gerade. Ich bin fertig. Okay, Leute. Scheiße, ich habe den Fuffi verloren. Da. Okay, es geht wieder los. Und zwar habe ich hier 50 Euro in der Hand. Ist viel Geld, oder? Darf ich fragen, wie viel Taschengeld ihr bekommt? 35 Euro im Monat. 90. Oha! Okay, ähm, habt ihr Bock, das euch so zu verdienen? Ja. Wisst ihr, was ihr dafür machen müsst? Toast-Toast-Toast. Echt? Wer hat das Toast hier hingestellt? Nicht unterstützt durch Sandwich? Nein, okay. Also, ihr müsst dafür Toast essen. Nein, doch. Zwei Scheiben, also jeder in einer Minute. Locker, oder? Ja, easy. Okay, wir packen das einfach mal aus. Wollt ihr euch das selber rausnehmen, damit ich das nicht vorher angefasst habe? Oha! Da fällt mir doch glatt das Geld aus der Tasche. Ey, ist easy. Warte, ich mache erst Stoppuhr an und dann geht's los, würde ich sagen. Warte, was ist, wenn jetzt ich zum Beispiel es schaffe und sie nicht? Kriege ich denn jetzt schon so ein bisschen? Wenn du es schaffst, dann kriegst du 50 Euro und andersrum genauso. Und wenn ihr beide es schafft, kriegt ihr quasi zusammen 100 Euro. Achso. Auf easy, ja? Okay. Hier ist die Stoppuhr, die ist auf null. Und Start. Easy, oder? 13 Sekunden. Ja, easy, ihr habt nur 40 Sekunden. Das war so eine gute Idee. Also ihr seid jetzt bei 30 Sekunden. Eine habt ihr fast weg, das ist gut. Das ist gut. Weiter so. Locker, locker, oder? Die schafft das locker, oder? Easy, warte. 10 Sekunden habt ihr noch. Easy. Die haben nicht mal eine weg. Okay, eine Minute. Machen wir nächste Runde. Ihr kriegt von mir noch 30 Sekunden. 20 Sekunden noch, das schafft man easy noch eins, oder nicht? Ach, ihr habt... Die haben immer noch erst eins weg. Ja, okay, 10 Sekunden haben sie noch. 5, 4, 3, 2, 1. Und ciao. Ach, und wie war's? Mund ist immer noch voll. Wollte Instagram sagen? Mhm. Mhm. Was? Auf Insta, Laura Nickfeldt mit I, E, E, O, C, K. Ja, okay, du darfst. Vanessa-D, R, K. Alle folgen. Aber meinst du gestanden? Ja, du kannst nochmal. Aber diesmal piep ich. Und diesmal habe ich es aber nicht verstanden, weil es gepiept hat halt nochmal. Das sieht so schön aus. Okay, wir werden noch ein paar Leute hochnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Könnt ihr behalten? Ja, okay, wenn ihr kein Toast essen wollt, dann stelle ich euch halt ein paar Fragen. Anschreiben oder ansprechen? Sprechen. Auch ansprechen. Also anschreiben geht auch fit, aber ansprechen ist immer besser. Reicht dann so ein einfaches Hey, so. Hi, wie geht's? Naja, so fängt man halt eine Unterhaltung an, ne? Aber ein bisschen was Kreatives ist auch gut. Zum Beispiel, was wäre denn Kreativ? Also aus dem letzten Video, was ich gebracht habe, da war das Beste und Kreativste. So ein einfaches Hey ist voll langweilig. Weißt du, ich gebe dir einen Tipp. Später schreibst du ein Mädchen an mit Hey, soll ich dir was von Aldi mitbringen, ja? Und du schreibst mir dann bei Instagram, ob es geklappt hat, ob sie geantwortet hat. Weil in deinem letzten Video hat es immer geklappt. Hey, ja. Natürlich. Ich würde schreiben, ja, bring mal eine Pizza vorbei und dann... Seht ihr? Auf easy und dann seid ihr... Ansprechen und fragen, ja, wann wir essen gehen. So und dann so direkt... Direkt so, auch du kennst die Kreative. Und kein bisschen hast nicht mal sein Insta gecheckt und auf einmal kommt so... Lass mal essen gehen. Ja, auf den Nacken. Hauptsache in Essen rausschlagen oder was? Und danach nie wieder melden. Burger King oder Meckes? Meckes. Boah, ich schlage dich ein auf richtig geil Pommes. Hast du Bock? Könnt ihr den mal durchlassen, Kurs? Ihr dürft euer Insta nur sagen, wenn ihr eine Toastscheibe mal ganz schnell isst. Okay. Ganz schnell essen und dann dürft ihr dabei euer Insta-Namen sagen. Achso, während wir die essen. Ja, während ihr die isst, dürft ihr euer Insta-Namen sagen. Müsst ihr die komplett essen oder kann ich die... Ja, jeder eine, komm. Ja, haut mal richtig rein. Ja, alles auf einmal. So, das ist gut. Oh, warte. So, auf den so platt drücken, dann habe ich weniger im Mund. Nein, aber dann, keine Ahnung. Ja, okay, macht einfach. Boah, Alter, Alter. Der Fuffi. Ich soll mir den lieber besser wegpacken, ey, der ist gleich weg. Haut rein, komplett, haut weg und dann frage ich euch nach eurem Insta-Namen. Ja, komm, hau weg jetzt. Ich guck, das ist mein Mund rein. Boah, das ist aber traurig. Ist er auf Insta? Sarah, Punkt, Sarah, Punkt, Elatina. Habe ich nicht verstanden, nochmal bitte. Elatina. Elatina. Mit H. Sarah mit H und dann Elatina. Ja. Punkt dazwischen. Und du? That's Vivian. That's Vivian. In englisch, das ist... Ach, that's Vivian. Mhm. Nochmal, ich habe es nicht verstanden, du hast den Mund irgendwie voll. Du bist ein bisschen drunter. Du bist ein bisschen drunter. Eici Uhr hat sie um. Ja, sie ist da. Wie, that's Vivian? Mhm. That's Vivian. Also guckst du einfach mal, that's Vivian und abonniert sie. Hast du Bock auf 50 Euro? Ja. Schon mal in der Hand gehabt? Ja. Beim Einkaufen immer. Durchaus, ne? Ja. In der Tat. In der Tat. Ähm, und zwar, hast du schon irgendwie mitgekircht, es geht um Toast, ne? Hast du mal gesehen? Ja. Schon mal angefasst? Ja, auch gegessen heute. Auch gegessen, in grün? Nö. Ich gebe dir eine Minute und wenn du es schaffst, in einer Minute zwei Toaststücken zu essen, oder zwei Toastscheiben, kriegst du 50 Euro von mir. Willst du dir mal selber zwei Scheiben rausnehmen? Ja. Okay, warte, ich mach die Stoppuhr an. Ey, der Fuffi will die ganze Zeit raus, ne? Kennst du, ne? Ja. 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 Ähm, okay, auf los geht's los, ja? Drei, zwei, eins. Los. Ich hab noch nicht los gesagt. Ich sag los, ja? Ja. Ja. Okay, drei, zwei, eins. Los. Okay, wir sind bei 50 Sekunden und hast du schon ein ganzes Weg, ja fast, ähm, Instagram, ne? Mal wieder, willst du dein Instagram auch mal sagen? Nein, mein Instagram ist die ganze Zeit eingeblendet, ihr könnt mir mal folgen, das wär nett. Ja. Und weiter geht's. Du hast noch volle 30 Sekunden. Ja. Ey, schaffst du locker, oder? Ja. Es muss weg sein, ne? Ja. Schaffst du, oder? Ja. Komm, hau rein jetzt. Ey, du hast noch volle... Okay, nee, du. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Zeit ist abgelaufen. Ah, hast du noch was im Mund? Mhm. Öffne mal. Zeig mal in die Kamera, hast du noch was im Mund? Ja, 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 ja. Willst du dein Instagram nochmal sagen? Nein. Ne, komm, jetzt. Scheiße. Nochmal, ich hab nix verstanden. Ich musste dich mal wegpiepen, oder so. Okay, nochmal. 17? Ihr habt es verstanden Leute, folgt ihm mal und äh, bist du auf Privat? Ja. Ja? Ja. Ähm, dann abonniert ihn mal alle auf Ehrenmann-Basis, ne? Nö. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Peace. Ja. Ja. Alles gut bei euch? Ja. Also erst reden, wenn ich das Mikrofon hinhalte, ja? Also erst reden, wenn ich das Mikrofon hinhalte. Ja. Habt ihr Lust in meinem Video zu sein? Ja. Mögt ihr Geld? Ja. 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 Ich hab hier so dein Geld, ne? Ja. Mhm. Ist viel Geld, oder? Ja. In der Tat. Darf ich fragen, wie viel Taschengeld ihr bekommt? 18 Euro pro Monat. 25 Euro pro Monat. Soll ich bei denen ein bisschen gerechter sein? Ja. So eine Scheibe? Okay, ihr kriegt 50 Euro, aber dafür muss jeder eine Scheibe vom Toast schaffen. In einer Minute. Darf ich schon jetzt? Nein, erst wenn die Minute anfängt. So viel Gerechtigkeit muss sein. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Easy, oder? Naja. Ey, du hast gerade 5 Sekunden verschwendet mit klein machen. Mhm. Geht easy, oder? Du hast auch easy noch fast eine Minute. Locker, oder? Mhm. Willst du Insta sagen? Nein. Die anderen hauen richtig rein und ihr so voll auf entspannt. So, ja, Samstag, heute lass ich mir nichts anmerken. Ein schönes Wetter heute, ne? Ja. Ey, die Antworten sogar. Ihr sollt reinhauen. Das geht nicht. Komm auf easy. Der Mund muss aber leer sein, ja? Okay. Ja. 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 Oh, die ist ja schon lange abgelaufen. Das tut mir jetzt leid, ey. Muss ich den Fuffi leider behalten, ne? Ich hätte ihn euch so gerne gegeben. Ihr dürft jetzt aber Insta-Namen sagen, direkt. rtl5? Hä? Heißt du nicht die RTL2? rthr. Warst du mal auf RTL2? Ne, leider nicht. Leider nicht? Aber hätte deine Familie... Egal. Und du? Nina.duck. Ich hab irgendwas mit Uschi gehört. Überhalb. Nina.duck. Hä? D-U-C-K. D-U-C-K. Ach so, dann sag das doch einfach. Und, Mund voll? Ein bisschen. Ich hab die Nase voll. Ciao. Also, keine Ahnung, aber es hat irgendwie mit dem grünen Toast hier zu tun. Ist natürlich nicht grün. Okay, ähm, ihr kriegt jeder zwei Scheiben und wer die in einer Minute schafft, der kriegt halt 50 Euro. Ja, lass machen. Ja, okay. Geht locker, oder? Ne, leider nicht. Jeder zwei Scheiben und dann stoppe ich die Zeit und dann könnt ihr euch ganz easy 50 Euro verdienen. Vier, ne? Zwei. Du wolltest vier? Ja, kannst du easy machen. Wenn du glaubst, du schaffst das. Ja, ihr dürft machen wie ihr wollt. Hauptsache nach einer Minute sind zwei Scheiben Toast weg. Ja. Auf die Plätze. Hä? Nein, das wird gar nicht so witzig im Video, wenn ihr isst. Also, ich filme euch einfach und dann alles, alles gut. Okay, auf die Plätze, auf los geht's los, ja? Auf die Plätze, fertig, los. Hab ich schon los? Okay, ja, los. Dann, die zwei Sekunden, ja. Und gut, läuft. Alter, die hat schon fast alles weg. Die nimmt den Mund heute aber ganz schön voll, doch. Ja. Aber easy, ihr habt noch fast 40 Sekunden. Ohohoho, wie sie weghaut. Okay, ihr habt noch 30 Sekunden. Der Mund muss danach aber leer sein, ja? Ja. Okay, 20 Sekunden noch. Packst du das? Ich krieg das nicht. Ist easy, oder? Mhm, total. Ich weiß. Oh, die Minute ist leider rum, ne? Nein. Fast fertig alle. Okay, ihr dürft jetzt sogar euren Insta-Namen sagen. Nee. Nicht auskauen. Und du? Mhm. Und du? Leer1895. Fast nicht gekrümelt oder so. Ich danke euch, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Ich komme auf deine Höhe, ja? Ja. Hast du Bock auf 50 Euro? Ja. Darf ich fragen, wie viel Taschengeld du bekommst? 20 Euro. Ah, sind Puffi doch schon viel Geld, oder? Ja. Okay, bei dir mache ich es ein bisschen einfacher. Nimm dir mal einen Toast raus. Wenn du das in einer Minute schaffst, dann kriegst du 50 Euro von mir, ja? Okay. Okay, warte, ich mache die Stoppuhr an und dann geht's rund. Äh, los. Okay, auf die Plätze. Auf los geht's los, ja? Ja. Auf die Plätze. Bist du auf dem Platz? Ja. Gut. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, ich habe gar nicht angefangen. Schafft man easy, oder? Und, wie ist so trocken? Ah, nicht zu viel lachen, sonst ist alles Zeitverschwendung, ja? Oha! 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 Der Mund muss aber leer sein am Ende, ja? Ey, sie könnte das heute packen. Oha! Oha! Gleich bin ich geldlos. Der Mund muss leer sein, ne? Ja, du hast noch ganze 20 Sekunden. Oha! Alter, sie ist hier heftig unterwegs gerade. Aber ich will nicht, dass du dich irgendwie, keine Ahnung, übergibst, wirkst oder so. Oder sonst was, ja? Alles auf easy. Ja. Ja. Okay, ich bin mal kurz hochgekommen. Die Minute ist leider rum. Zeig deinen Mund. Aber du hast ganz schön heftig weggezogen gerade, das muss ich wirklich sagen. Wollen wir den irgendwie durchschneiden oder so? Teilen einfach? Bist du auf Instagram aktiv? Willst du mal deinen Namen sagen? Weißt du nicht auswendig? Boah! Okay. Soll ich ihn einmal vorlesen? Mo... Achso. Moes Habasix. Moes Habasix. Moes Habasix. Moes Habasix. Hä? Boah! Wie nochmal? Moes Habasix. Okay, sie ist nicht auf privat. Bitte kommentiert alle unter ihrem letzten Bild, weil die hat richtig heftig weggezogen. Aber hat natürlich immer noch den Mund voll. Schreibt mal in die Kommentare, du Großmaul oder irgendwie sowas. Mach mal kurz Pause, ja? Jetzt schreien die wirklich rum. So assi wollte ich jetzt nicht sein. Okay Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Nein, leider nicht. Ich hatte zwischendurch auf jeden Fall was zu lachen, ne? Ja. Boah! Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, einen schönen sonnigen Tag so. Mega warm und so. Noch kann man, noch können wir in Pullover Videos drehen, aber so langsam wird es kälter. Deshalb schreibt uns mal einfach in die Kommentare, was wir so im Winter drehen können, was für Ideen ihr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao Leute! Nöööööööö.